Das ist auch so, das ist der Wert, und da hast du hier praktisch vom Heim, aber wie sieht es da aus? Wenn du da mit dem Radorschatten hättest du jetzt relativ viel Strom, dann kannst du nicht zu berichten. Ich habe ja keine Hütte, ich habe ja nicht so ein Ding, sondern das ist auch gut für eine Hütte, aber dann hast du gerade die Last aus, dann steckt der Wettestand. Das wird mir auch nicht gut werden. Da hängst du die Hütte.